Hat Lovely eigentlich schon meine neuen Nägel gesehen? Wenn nicht, muss ich dir gleich erst mal direkt zeigen. Hi. Hi, my Lovely. It's me. With me. So schön, dass du da bist, mein Lovely. Mach's dir gemütlich, mach's dir bequem. Kuschel dich ein. Ich hör' euch jetzt richtig gut und nicht gemeint. Ich sehe gerade, du bist heute außerweise mal nicht in deinem Bett, nicht in deinem Zimmer. Du schläfst heute woanders. Überhaupt kein Problem. Okay. Dafür bin ich da, um dich zu entspannen. Mach dir gerne Sorgen. Manchmal ist man ja ein bisschen so aufgeregt. Oder ganz schlechter schlafen, wenn man nicht im eigenen Bett liegt. Deshalb werde ich mich heute besonders gut um dich gehören, damit du schön entspannt einschlafen kannst. Ich hab' auch in der Kuscheldecke hier liegen. Und ein Kissen. Und was mir immer total hilft, wenn ich woanders schlafe, wenn du ein T-Shirt von dir oder so ein Oberteil hast von zu Hause, vielleicht sogar frisch gewaschen, dann kannst du das einfach über dein Kissen stülpen. Und wenn du dann deinen Kopf da drauf legst, hast du so den Geruch von zu Hause, weißt du wie ich meine? Das hilft mir immer besonders. Um ehrlich zu sein, nehm' ich sogar am liebsten das T-Shirt von Leedsley. Also ja, das kannst du gerne mal ausprobieren. Ein eigenes oder von einem Freund oder einer Freundin. Einfach ein Geruch, der dich glücklich macht und dich entspannt. Hörst du das? Es fängt gerade richtig doll an zu regnen draußen. Das ist ja voll mordsgemütlich. Wir machen uns das jetzt ja richtig gemütlich, okay? Hier ist dein Kissen. Wenn du ein T-Shirt hast von zu Hause, kannst du es gerne mal da drum wickeln und dich dann gemütlich da drauf legen. Und ich geb' dir noch Tostly zum Kuscheln. Tostly und ich sind heute gut für dich da. Du musst dir keine Sorgen machen. Es ist immer aufregend, bei woanders zu schlafen oder wenn man nicht im eigenen Bett ist. Aber du wirst das richtig gut machen. Du wirst richtig gut schlafen. Und morgen wirst du hoffentlich richtig ausgestraften, aufwachen und ja, richtig positiv in den neuen Tag starten. Aber damit du gut rein schlafen kannst, schminke ich dich jetzt erstmal kurz an. Und im Hintergrund gelaufen die ganzen Regentopfen ans Fenster. Mega kuschelig, oder? Ich schmink dich kurz ab. Ich schmink dich kurz ab. So, das verteile ich jetzt vorsichtig auf dein Gesicht. Dann mach ich dir noch ein bisschen Lippenpflege drauf. Mach ein bisschen Tapping für dich. Und ich würde dir heute richtig gerne eine Gute-Nacht-Geschichte vorlesen. Ich hab' noch richtig süße Gute-Nacht-Geschichte für dich. Gleich besser abgeschminkt und befreit vom ganzen Alltagsstress. Den wasch ich nämlich direkt mit ab. Ganz vorsichtig. Du kannst stolz auf dich sein, dass du es auch schaffst, mal woanders zu schlafen. Und nicht nur zu Hause in deiner gewohnten Umgebung. Du schaffst nicht alle. Da kannst du richtig stolz auf dich sein. Du wirst es gut machen, das weiß ich. Jetzt mach ich dir noch ein bisschen Lippenpflege drauf. Und außerdem bin ich ja an deiner Seite. Ich bin bei dir, also du bist nicht alleine. So. Ein bisschen Aloe Vera für die Lippen. Damit die Banner nicht austrocknen. Einmal so. Hier. Drei. Drei. Perfekt, das war's all. Ein bisschen verteilen, sehr gut, okay, dann starte ich mit ein bisschen Tapping und du bestellst dich so richtig ein und ich lese dir die gute Nachgeschichte vor. Ja, bist du bereit? Ja, okay, also ich lese mal vor. Ich hab das hier extra schon alles vorbereitet. Okay, ich lese jetzt für dich vor. Die gute Nachgeschichte. In einem kleinen Dorf, umgeben von hohen, sanft geschwungenen Hügeln, lebte ein lieber Mensch namens Lovely. Genau. Eines Sommerabends, als der Himmel in warmen, gold- und rosafarbenen Tönen leuchtete, entschied sich Lovely, einen Spaziergang zu machen. Lovely wanderte über die Wiese hinter dem Haus und fühlte das weiche Gras unter den Füßen. Bald erreichte Lovely einen kleinen, versteckten Teich, von dem die Großmutter immer erzielt hatte. Der Teich war voll von blühenden Seerosen und singenden Fröschen umgeben. Lovely setzte sich ans Ufer und beobachtete, wie die Sonne langsam hinter den Hügeln verschwand und die ersten Sterne am Himmel aufging. Der Mond warf sein silbernes Licht auf das Wasser, das sanft am Abendwind schimmerte. Und für funkelnde Sterne auf deinem Gesicht. Lovely schloss die Augen und atmete tief die kühle Nachtluft ein. Kannst du das zusammen mit mir machen? Kannst du das zusammen mit mir machen? Das war, dass der Wind die leisen Geschichten erzählt, um ins Land der Träume zu wandern, während Lovely da war. Wurde Lovely immer ruhiger, tiefenentspannt und es umhüllte sich eine leichte und glückliche Brise. Mit einem letzten Blick auf den funkelnden Sternenhimmel, warte sich Lovely auf dem Weg zurück nach Hause. Begleitet von dem beruhigen Gefühl, dass die Welt voller Wunder ist. Als Lovely schließlich im Bett lag, fühlte sich Lovely geborgen und wusste, dass die Sterne die ganze Nacht über Lovely schweben und fahren würden. Mit diesen Gedanken schlief Lovely ein. Bereit für das nächste Abenteuer. Bereit für die Abenteuer, die der nächste Tag bringen würde. Begleiten des Neufels. eine Aufrückung für dich, damit hoffentlich super entspannt einschlafen kannst. So, ich habe jetzt noch eine Aufrückung für dich, damit ich meine Aufrückung habe. Und damit deine Augen jetzt richtig müde werden, fokussiere dich einmal auf meinen Finger. Und folge mal dem Finger. Kannst du erkennen, was für ein Symbol das ist? Ja, ein Viereck. Sehr gut. Jetzt folge dem Finger und sag mir, welche Form du ergänzt. Hier ein Dreieck. Sehr gut. Und jetzt sag mir, was das für eine Form ist. Ein Smiley. Sehr gut. Und was ist das? Kannst du es erkennen? Ein Herz. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt schließ mal dein rechtes Auge. Zwinker mir zu. Jetzt einmal dein linkes Auge so zuzwinkern. Sehr gut. Und nochmal das rechte. Und jetzt schließ einmal deine Augen. Und öffne sie langsam. Und schließ sie wieder. Und öffne sie langsam. Sehr gut. Und jetzt schließt. Und jetzt schau immer auf die Finger. Wo du zwei Finger siehst. und öffne siehst. Und jetzt schließt. wo du zwei Finger siehst. Sehr gut. Und jetzt schließ einmal deine Augen. Also fließ deine Augen und sag mir, auf welcher Seite hörst du das Geräusch? Links oder rechts? Sehr gut. Linke Seite. Und jetzt links oder rechts? Lass deine Augen geschlossen und fokussiere dich nur auf deine Ohren. Ja, rechte Seite. Sehr gut. Und wo hörst du das Tippeln? Links oder rechts? Ja, immer noch rechts. Sehr gut. Lass die Augen geschlossen. Ich wünsch dir eine gute Nacht. Sweet dreams. Hab dich lieb. Pass gut auf dich auf. Und ich wünsch dir einen mega schönen Tag morgen. Sweet dreams, lovely. Jocheplin W heiße Lasschen. B предstым und bis . Ciao. Begin grades die auf.